Da bin ich ziemlich textunsicher, wir haben euch jetzt erst heute früh nochmal gebrochen. Einfach alles nochmal von vorne. Was ist mit dir los? Treibholz! Herr Ruhi! Sie spät? Bei dir bin ich, glaube ich, weniger zu tun. Ob wir kriegen es hin. Oh, oh, schaffst du schon. Das ist geil, oder? Oh, 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 oh Ich hab' immer noch ein paar Gerichte und irgendwas in Schleimund. War auf ihr hinten nummerieren, nicht auf den Speichern. Nummerieren und war auf ihr, damit ich's leicht hab. Wenn die Ecke auch mal fernst, haben wir schon immer ein Amoratien-Betchen. Ein Schwachbruch, ein Moment, die Silber, ein Schwach. War ich ja all diese Bilder am Kopf im Wasser, als wir angebend schicken damit auf. War ich ja all diese Bilder am Kopf im einen Schwachbruch. War ich ja all diese Bilder am Kopf im Wasser, als wir angebend schicken damit auf. War ich ja all diese Bilder am Kopf. Damals auf dem Hof mit Bobby und so, dieses Rap-Ding, unser Neues. Dieses Rap-Ding zweit, aber Bobby und so. Wir haben Doppel-Wert-Bombis und so. Wir haben die Karte am Land und den Wagen gefangen. Wir haben die Karte noch bei der Bahn dabei. Und wir haben die Karte mal. Wir haben die Karte im Wasser, und wir haben die Karte im Wasser, und wir haben die Karte im Wasser, und wir haben die Karte im Wasser. Das war das, was wir haben. Genau, und das ist geiler Schreck, und das ist super groß. Jetzt habe ich's konserviert, und da ich dir wirklich ausgeschlecht. Nummeriert und nummeriert, damit es leichter. Wenn die Erinnerung auf den Ansausbefinden, weil sie das genau so was sie finden. Ich weiß, wie ihr diese Bilder im Kopf mit einem schwachen Foto, aber mit dem Zillernklapp. Ich weiß, wie ihr diese Bilder im Kopf mit einem schwachen Foto, aber mit dem Zillernklapp. Ich weiß, wie ihr diese Bilder im Kopf sind viele Bilder von einem Typ mit dem Zillernklapp. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk Ich weiß so, 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 ich weiß so. Schöne, Alter. Applaus für Logosbomber. Applaus für Logosbomber. Musik 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 Wir töten uns, wir töten den Start. Wir töten den Start. Wir machen eh was sofort, tschüss! Weg da! Frau Gaffig, den Applaus noch einmal für die Lokostnummer, bitteschön. Die Deutschkonger Schweinfurz, leider nicht mehr nur Schweinfurz, ne?